Hallo meine lieben Freunde, ich bin der Sebi und heiße euch herzlich willkommen zurück bei Let's Play Harry Potter und der Stein der Grafikfehler. Ähm, ja, im letzten Part haben wir zwei Unterrichtsstunden hinter uns gebracht und wir sind jetzt hier schon einmal auf dem Weg zur nächsten Unterrichtsstunde. Hier dürfen wir dann wieder eine Zeit aktivieren und dann müssen wir wahrscheinlich wieder irgendein Rätsel lösen, um da oben hinzukommen. Von dem her... äh, äh, drei, äh, zwei, los. Äh, okay, äh, ähm... Schlick, 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 äh, schlick, 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 hallo. Ganz so, die schnell laufen. Scheiße. Da, 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 los. Haben wir das? Jo, gut. Äh, so, und... Kazum. Geh so komplett durch, ja. Lalalalalalalala. Und Kazum. Ich hätte da gerne noch eine Bohne. Und da noch eine Bohne. Oh, scheiße. Jetzt aber schnell, Harry. Äh, irgendwas stimmt da nicht. Oh, scheiße. Geht das wieder zurück? Nein, das hab ich... Irgendwann hab ich da falsch gemacht. So, jetzt. Da hoch. Oh, scheiße, oh, scheiße. Oh, scheiße. Lauf, lauf. Spritte, Spritte. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Komm schon! Ah, Harry Potter. Du bist leid für Herbology. Fünf Punkte aus Gryffindor. Ah... Heißt, Spritte, Studiöse. Ich bin Professor Sprout. Hi, Sprout. Lass uns lernen, wie ein Incentiode-Spell. Schau meine Wände umgekehrt und schaust die Symbolen, die es anruft. Ah, jetzt darf ich wieder das machen. Okay. Schau meine Wände umgekehrt und schaust die Incentiode-Spell. Okay. Das ist das Ticket. Jetzt, wir beginnen die Lern. Komm schon. Okay. Komm schon. Wunderbar, 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 wunderbar. Das war jetzt noch nicht schwer. Sehr beeindruckend. Jetzt probiere ich diesen. Das war gut. Sehr beeindruckend. Perfekt. So. Hä? Hat doch geklappt. Gut. Du hast den Incentiode-Spell. Dankeschön. Jetzt fülle mich, um zu lernen, wie man den Incentiode-Spell benutzt. Jetzt probiere ich den Incentiode-Spell, um eine Bounce-Balbe zu erzeugen. Use deine Wände auf der Bounce-Balbe zu der Tür. Halt die korrechten Symbolen und du hast genug Spell-Power, um die Bale zu erzeugen. Hier, sollen sie das Ding da umbringen? Incendio! Incendio! Äh, was? Aha. Oh, kacke. Das ist doch nicht euer Ernst. Excellent, Harry. Five Points to Gryffindor. Lol. Da muss man auch noch so eine blöde Kombination machen. Ja, toll. Oh, Stunde zu Ende. Ging ja schnell. So, jetzt sind wir hier endlich mal im Außenbereich. Vorher gehen wir mal kurz speichern. Checking Memory. Oh, wir haben schon zwölf Prozent des Spiels gespielt. Zumindest beim nächsten Speicherpunkt. Das heißt, wir haben jetzt... Just before mal Lucky Lucky machen. Oh, schon 21. Oh. Okay. Schon 21 Prozent gespielt. Was ist denn das da oben? Kann man euch töten? Tötet! Tötet! Wie will ich mich mit der Linke töten? Au. So, ähm... Holen wir jetzt erstmal hier ein Frischchen. Bissin Energie aufladen. Und wer bist denn du? Hast du noch zu Quiddich-Trainien gemacht? Dieses Jahr haben sie sogar sogar Fisch-Trainien gemacht. Du sollst immer gehen. Ich höre, du bist ziemlich gut an einem Brummstück. Ah, hier hinten könnten wir Quiddich-Training machen. Quiddich-Training. Wäre mal eine coole Idee. Das probiere ich jetzt mal. Das will ich jetzt probieren. Quiddich! Loading! Willkommen, Mr. Potter. Grab deinen Brummstück und wir beginnen die Training. Oh je, ich schon wieder fliegen. Haha! Okay, wir müssen dem goldenen Schnatz folgen. Der macht Ringe und dort müssen wir durchfliegen. Okay. Oh, Kacke. Da ist er! Okay, Schnatzi. Wow, 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 Schnatzi, Schnatzi. So, jetzt ein bisschen üben, aber Jo. Da. Da war die Flugstunde ja irgendwie einfacher. So. Nicht so. Ah, heilige. Wow, wow, okay, passt, passt, passt. Jetzt. Jawoll. Für diese Leistung erhielt du goldene Wände und 25 Hauspunkte von Gryffindor. Für uns erhielt ich Hauspunkte. Geil! Und? Oh, goldene Flügel. Zeit für deine zweiten Seeker-Trainings-Lesson. Sie haben die Hänge, den Schnitzel zu fangen. Jetzt schauen wir uns, ob du es gut hattest. Okay. Jetzt fliege durch 20 Haupen. Dann schiebe den Kroß-Button, wenn der Schnitzel nach deiner Hand bewegt. Okay. 20 und dann fangen. Okay. Ich soll jetzt 20 mal durch 20 Ringe flattern hier. Und dann... Wow. Soll ich X drücken und ihn fangen? Okay. Das wird interessant. Wow, 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 wow. Die Lenkung ist echt krass. Wenn ich ein bisschen zu viel aufs Steuerkreuz gehe, geht's wirklich ab. Wow. Wow. Aber ich werde besser. Wow. Okay, nächstes. Komm schon, komm schon. Dreh dich. Dreh dich. Ja, danke. So, jetzt... Wow, wow, wow. Kommt ein bisschen höher. Jawohl. Wow. Wow, wow, wow. Die Kurve ist scheiße. Oh. Ich hasse dich, Schnitz. Hasse dich, du goldener Schnitz. Noch drei Ringe. Wow. Wow, wow. Noch ein Ring. Noch ein. Okay, jetzt. Richtiger Zeitpunkt und dann können wir ihn fangen. Komm schon. Jo. Excellent. Für diese Leistung hat du goldene Wings und 25 Hauspunkte für Gryffindor. Wieder ein goldener Wing. Ein goldener Flügel. Sau gut. Und wir haben den Schnitz gefangen. Ja, toll. Jetzt muss ich gegen einen anderen antreten und versuchen, den Schnitz zu fangen. Okay. Ready? Oh, heilige Scheiße. Drei, zwei, eins. Das wird jetzt witzig. Okay. Jetzt müssen wir auch noch gegen einen anderen antreten. Wow. Hallo, Kamikaze. Fluglehrling oder was? Nix hier, Kamikaze. Oh, heilige. Aua. Mann, der greift mich jetzt mal von der Seite an. Der soll aufhören. Wow. Okay. Jetzt. Wow. 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 Okay. Hoch. Aha. Jetzt lassen wir noch mal in Ruhe. Ich hab dir doch gar nichts gemacht, Mann. Du blöder, ich würde sagen, Ravenclaw noch der Farbe her. Du bist auch Ravenclaw. Wow. Jetzt runter, runter, runter. Harry. Jawohl. Noch 15. 14. Wow. Wow. Die Kurve ist ja heftig. So. Wow. Wow. Heilige. 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 Wow. Wow. So langsam werde ich besser. So langsam wird es besser hier. So. Jetzt. Komm schon. Jawohl. Da, 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 da. Da, da, da. Da, 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 da. Wow, wow, wow. Wow. Perfekt. Perfekt. Nicht perfekt. Verdammt. Scheiße. Zwei verpasst, Alter. Ich hätte schon früher fertig sein können. Jetzt. So. Jetzt catchen wir ihn. Komm her, Baby. Ja. Wieder goldene Flügel und 25 Hauspunkte für Gryffindor. Okay, also Quidditch spielen kann ich. So einigermaßen. Die Quidditch-Trainings-Doors sind immer öfter für dich. Okay. Also ich könnte jederzeit wieder trainieren gehen, wenn ich will. Ich bin mal gespannt auf das erste richtige Quidditch-Spiel, wie das so gemacht ist in dem Spiel. Bin mal gespannt, so mit ganz viel Gegnern und so. Wird bestimmt sehr interessant. Aber wir haben zumindest mal das Quidditch-Training fertig gemacht. Auf jeden Fall sehr interessant. Würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal weiter. Denkt mal hier lang. Wir sollen ja noch zu Hagrid. Ähm, einen Tee trinken, genau. Hagrid wollte, dass wir Tee trinken kommen und... Ach, Fred and George. Hallo. Ich will das Passwort für das Portrait, Harry. Bring uns blaue, jeder Fläge von Bohnen. Aber bemerkst dich. Es sind einige wehrte Kreaturen, die da draußen gehen. Okay, wir sollen den blaue Bohnen bringen. Alles klar. Gucken wir mal. Dürfen irgendwie bekommen. Meine leute Kattel hat auf das Quidditch-Spiel gefallen. Ich kann sie nicht erreichen. Es ist sehr schmerz da unten. Willst du mir helfen? Wenn du den Boden des Quidditch-Spiel finden kannst, kannst du sie finden. Troll. Dem ist seine Katze durch die Dinger da gefallen. Und was ist denn das? Was ist das? Trinken wir mal. Ich hab so ein ganz schlimmes Gefühl dabei. Was hat mir das jetzt gebracht? Ah, meine Energie ist wieder komplett voll. Ah. Ah, so Potions, also so Tränke machen die Energie komplett wieder voll. Okay. Merke ich mir, merke ich mir. Gehen wir mal weiter. Weiter im Text. Was? Was? Was ist denn da, Goldiges, rum? Was bist du? Was bist denn du für ein Süßer? Quietsch. Der quietscht vor sich hin. Oh Gott, bist du... Oh, bist du ein süßer Kerl? Topst du mir jetzt hinterher? Ich hab ein Haustier! Oh Gott, wie süß! Oh, ups. Das war nicht so süß. Was macht der? Der frisst das Zeug! Ah, der kann das Zeug für mich fressen? Dann bekomme ich Bohnen. Ah, cool! Ich hab ein Haustier. Oh Gott, ist das nicht cool. Ich geb ihn nicht mehr her, du bleibst jetzt bei mir. Fress dich weiter durch. Alles weiter. Gib schön Bohnen. Mal weiter. Ja, und scheiß schön die Bohnen aus. Ich find das krass, der rübst jedes Mal. Echt witzig. Komm mal mit. Bott, 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 bott. Komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit, hierher. Komm. Wo bist du? Hey, du! Ja, hier lang. Komm. Bott, bott, bott. Beifuß. Beifuß. Fress. Dankeschön. Hahaha, das ist cool. Blerk. Haha, geil. Das Riech ist cool. Das will ich für zu Hause. Das frisst mir bestimmt den ganzen Will weg und scheißt am Boden aus. Wär ja mal cool. Nächste Bohnen. Zwölf Stück schon. Huah. Dankeschön, Blöcki. So. Ich frage es, ob ich die jetzt komplett mitnehmen muss, oder? Ja. Ansonsten komme ich da hinten durch. Da komme ich auf jeden Fall hin. Blöcki. Ich nenne dich jetzt Blöcki. Blöcki, komm mit. Komm mit, Blöcki. Komm, Blöcki. Braves Blöcki. Blöcki, Blöcki. Los, Blöcki. Blöcki. Ah, da. Blöcki, komm. Bott, bott, blöcki. Blöcki. Ich bestrafe dich gleich. Komm mit, Blöcki. Weißt du was, du hältst mich nur auf, Mann. Ich hoffe nicht, dass ich dich im späteren Zeitpunkt brauche. Egal. Hagrid's Haus. Okay. Hi, Hagrid. There you are. I hope you did well in your Abology class. Harry, can you fetch me some fire seeds from a rare plant in the forest? The plant lives just beyond the gargoyle gate. It means some very strange goings on of late. Be careful, Harry. Bones! Hihi, Bode! Da vorne steht schon wieder einer. Aus meinem Weg, Harry. Da ist ein großes Monster hinten. Da ist ein großes Monster hinten. Dann gehe ich doch nicht lang. So, gib mir die Bohne. Da haben wir wieder einen Schokofrosch. Ah, dann haben wir noch ein paar Bühnchen. Ah, und hier, das scheint dieses Porträt zu sein. Hallo, du bist ein Gryffindor-Student, nicht wahr? Schön, dass du eine neue Gesichter sehen kannst. Wenn du es umgehen willst, musst du mein Passwort kennen. Wenn du es umgehen willst, komm, siehst du mir und ich werde dich öffnen. Okay. Ich werde nur hier ein paar rumhängen. Gut Glück, junger Gryffindor. Okay, wir brauchen auf jeden Fall das Passwort. Um hier durchzukommen, kann ich irgendwie gucken, wie viel wir brauchen. Ah, da steht es ja. 18 von 70. Okay. Da fehlen noch ein paar. Da fehlen noch ein paar. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter auf die Suche. Und wir gehen jetzt erstmal da. Nein. Was? Wo? Da. 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 Genau. Da können wir speichern. Vielleicht gar keine so schlechte Idee. Falls jetzt wirklich so ein riesen Monster auf mich wartet. Wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn wir kurz mal speichern. Okay. So. Sollen wir durchgehen? Gargoylegate. Sollen wir es machen? Sollen wir es machen? Ja, komm. Gehen wir mal mal durch. Loa. Ding, 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 ding. What the? Wer bist du da oben? Ähm. Fliegende Schweine? Wow. Autsch. Porky Pork. Autsch. Kann ich den Fliegel nicht irgendwie besser ausweichen? Kann ich das nicht einfach... Oh, heilige... Oh. Burns. Komm schon. Flipendo. Jetzt mach es tot. Triff doch mal. Heri Knotta. Lerne zu treffen. Oh, Vater. Oh, Vater. Jawohl. Wir haben einen Treffer. Wir haben einen Treffer. Komm her. Put, 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 put. Jawohl. Du kriegende Schwein. Komm her. Komm runter. Jawohl. Ha. Funktioniert doch. Einfach immer schön ausweichen. Und am besten treffen. Heri Knotta. Jawohl. Gut, 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 gut. Achtung. Heute wird das Wetter sehr schlecht. Die Schweine fliegen tief. Im Flug erwischt. Dreckschwein. Komm. Jawohl. Also langsam läuft es doch. Ich drücke es einmal wie Bilder auf der Taste rum. Jawohl. Nicht mehr viel. Dann ist dieses behaarte... Nein, nicht behaarte. Steinige Schwein tot. Kam. Lieg nochmal zu mir. Komm, put, 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 put. Jawohl. Puff. Scheint, als wäre es wieder zu Stein erstarrt. Okay. Ich schätze mal... Ja. In Gardium Leviosa. Denn ich höre eine Zeit im Hintergrund. Ja, dem seine Energie geht wieder hoch. Setz dich da hin, Junge. Setz dich da hin. Mach mir die Tür auf. Und gib mir... Drei ganze Bohnen. Oh Gott, wie gnädig. So. Würde ich sagen, gehen wir direkt mal eins weiter. Und dann werde ich auch den Part wenden, meine lieben Freunde. Denn ich sehe, wir haben schon entweder etwas über Länge. Ich habe gesagt, 15 Minuten für diese Projekte. Und trotzdem schaffe ich es irgendwie, jedes Mal so ein bisschen in die Überlänge zu kommen. Okay, können wir hier... Gut. Hier ist ein guter Platz. Ah, perfekt. Würde ich sagen, speichere ich hier ab. Und ja, wenn euch der Part gefallen hat, meine lieben Freunde, gebt doch einen Daumen hoch. Wenn nicht, einen Daumen runter. Man sieht sich im nächsten Part von Let's Play... Lego... Nein, nicht Lego. Let's Play Harry Potter und der Stein der Weißen wieder. Ich habe zu viel Lego Harry Potter gespielt, lässt er sein. Von dem her, bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Euer Sebi. Euer Sebi, over and out.